Und noch einmal Corona. Und zwar deshalb, weil ich nach einem gewaltigen Lernpensum auch in dieser Woche wieder feststellen muss, ganz offensichtlich ist unser Gesundheits- oder sagen wir lieber Krankheitssystem exakt so korrupt und kaputt wie unser Finanz- und Geldsystem. Nur wenn man das miteinander in Beziehung setzt, und das gehört ja in Beziehung setzt, das wissen Sie aus der langen Zeit, in der ich nun schon meine Wochenübersichten mache und mich politisch betätige, nur dann ist es ja korrekt. Und da werden wir jetzt im Einzelnen drauf eingehen. Corona ist ja ein lateinisches Wort und das heißt auf Deutsch Krone. Und jetzt können wir uns überlegen, ob das die Krone der Lügen ist, nach der Terrorlüge und der Klimalüge nun eben auch eine Corona-Lüge, oder ob das auch die Krone der Selbstbefreiung der Menschen ist von einer Meinungsherrschaft, die manchmal in einem Meinungsterror ausartet, der globalen Mafiosi in allen ihren tollen Branchen. Wir wissen, was das ist. Das ist ja außer Pharma und Finanzen auch noch zum Beispiel Medien oder Rüstung oder Chemie oder was auch immer. Energie, ja, das sind die fünf großen Dinger. Ja, also so ist das. Die Pharma-Mafia hat uns geliefert in den letzten Jahren die Vogelgrippe, die Schweinegrippe und jetzt die sogenannte Corona, also die Supergrippe, die nun deutlich tödlicher ist als eine normale Grippe. Bei früheren Seuchen war das eben so. Die Regierungen haben bereitwillig zugeschlagen, haben zig Millionen Impfdosen gekauft, auch die Deutsche übrigens, und die konnten sie nachher in die Tonne treten. Warum? Die Patienten, die Kunden haben das sozusagen nicht abgenommen. Da konnten die Ärzte, die da drauf scharf waren und sich ihr Geld verdienen wollten, Reklame machen dafür bei ihren Patienten, wie sie wollten. Das half nichts. Die Patienten wollten nicht und dann musste die Regierung das in die Tonne treten. Das ist natürlich blöd. Und wenn man so ein richtiger Pharma-Mafioso ist, dann lernt man natürlich aus den Fehlern der Vergangenheit. Klar, sonst wird man ja auch gefeuert, nicht wahr? Und das bedeutet dann eben, dass man eine Seuche erfindet, die so ist, dass die Regierungen Seuchenalarm geben und ganz schnell kann man dann eben Impfverweigerer ausgrenzen und kann die große Katastrophe ausrufen und dann gehen die Impfdosen weg am Ende, wenn sie denn auf dem Markt sind. So schnell, wie das nur irgendwie sich einer vorstellen kann. Und natürlich haben wir jetzt eine ganz andere Situation. Damals kam die Seuche und die Pharma-Mafia hat gedrückt, die musste drücken, weil ja die Impfdosen schon da waren. Jetzt sind die noch gar nicht da. Jetzt wartet also alles. Das ist alles Marketing, verstehen Sie? Damit macht man Geschäft. Wenn man eine Ware künstlich verknappt und lässt schon mal ein paar Menschen nach offiziellen Zahlen angaben, obwohl jetzt gerade in der Süddeutsche ein Riesenartikel ist, dass also Krankenhäuser und Ärzte großes Problem haben, Corona überhaupt zielsicher zu diagnostizieren, also festzustellen, jawohl, das ist Corona. Aber trotzdem zählen wir schon ganz fleißig die Corona-Toten und das hilft alles eben dieser wunderbaren Industrie. Da wird zum Beispiel, wenn man jetzt also die gängige Lehre von den Viren als Arzt nicht vertritt, kann einem die Approbation, also die Zulassung als Arzt entzogen werden. Das ist doch toll, oder? Das erinnert mich so ein bisschen an mittelalterliche Gepflogenheiten. Ich werde also nicht das Richtige dachten. Er kam auf den Scheiterhaufen oder wurde geächtet oder sowas ähnliches. Das ist für mich auf jeden Fall eine persönliche Verfolgung, die hier stattfindet. Und im Prinzip ist das eine neue Hexenjagd, nicht wahr? Jedenfalls hatten wir 2018 angeblich 25.000 Grippetote. Da kann ich nur sagen, warum hatten die verfluchte Bundesregierung nicht gleich irgendwas Tolles gemacht? 25.000 Tote, das sind ja fast kriegerische Ausmaße, nicht wahr? Und jetzt soll also die ganze Republik Kopf stehen und das Klopapier alle werden, weil wir ein paar Tote im Ausland haben. In Deutschland hat es ja noch keiner geschafft, an Corona zu sterben. Ich will mich da nicht lustig machen über das Leiden von Leuten, damit sie das nicht missverstehen. Ich mache mich nur darüber lustig, dass wir hier einen industriegesteuerten Hype haben, um so etwas Normales wie die Grippe. Und das finde ich eigentlich schon ganz, ganz schlimm, wenn da so gezählt wird, dass wir eben sagen, jede Leiche, die in ihren letzten Minuten Husten, Schnupfen oder sonst irgendwas Ähnliches hatte, Halskratzen und Fieber, das sind übrigens so die Symptome, die in der Schule meiner Kinder jetzt auftauchen, wann man nämlich die Kinder dann zu Hause lassen sollte, so was Groteskes, ja? Die wird dann als Grippetoter gezählt, diese Leiche. Du lieber Himmel! So kann man sich seine Zahlen schönen und dann seine Impfdosen gegen Grippe, nämlich in die Bevölkerung reindrücken. Das ist schon vollkommen verrückt. Wenn ich mich darüber jetzt totlache über diesen Mist, gelte ich dann auch als Corona-Leiche oder wie ist das? Auf jeden Fall kann man klar sagen, keine Angst vor Grippe und wer da keine Angst hat, der muss auch keine haben vor Corona. Vorsichtsmaßnahmen sind immer gut bei Grippe wie bei Corona. Wir gucken auch darauf, ich zum Beispiel habe mich niemals in meinem Leben gegen Grippe impfen lassen. Ich fand die Impfung immer viel schädlicher als die Krankheit. Also habe ich vielleicht einmal im Jahr ein Husten oder ein Schnupfen oder sowas und das war es dann auch schon. Jedenfalls könnte man den Wirtschaftsrückschlag, mit dem wir jetzt eindeutig anfangen zu leben, auch als Vorwand für weitere Zwangsmaßnahmen nutzen, nicht wahr? Da gibt es ja die Bargeldabschaffung zum Beispiel. Bargeld ist ja auch dreckig und überträgt Krankheiten. Das könnte ja auch ganz hilfreich sein. Die Überwachung wird steigen, nicht? Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass der Krankheitsminister Spahn eine Abteilung geschaffen hat für Gesundheitssicherheit. Super, das brauchen wir natürlich dringend. Und es gibt eben persönliche Zwangsmaßnahmen. Sollte einer jetzt irgendwie diese berühmten, Sie wissen schon, Husten, Schnupfen, Halskratzen und so weiter zeigen, kann man gegen ihn Maßnahmen verhängen. Er könnte ja Corona haben. Es gibt jedenfalls auf meiner Website Christoph Hörstel und bei der Neuen Mitte einen ausführlichen Beitrag, den unsere Generalsekretärin Frau Dr. Barbara Kahler zusammen mit mir verfasst hat. Das meiste hat selbstverständlich Sie beigesteuert, weil sie ist Fachfrau. Ich bin jedenfalls nicht medizinisch besonders bewandert. Und das ist sehr erfolgreich gewesen, das einmal zusammenzufassen, womit wir es hier eigentlich zu tun haben. Natürlich wird das hier auf YouTube verlinkt und dann auch auf meiner persönlichen Website Christoph Hörstel wie jede Woche. Und da kann man alle Links einfach anklicken und schon haben Sie das. Jedenfalls keine Panik wegen Corona und auch keine Hektik gegen Corona. Das wäre eigentlich entscheidend an dieser Stelle. Und sich nicht verrückt machen lassen, auch wichtig. Und dann kann ich nur sagen, Humor ist eine ziemlich starke Waffe, vielleicht die stärkste. Und deswegen kursieren auch schon im Internet und ich beteilige mich daran kräftig. Alle hatten ziemlich lustige Corona-Witze und die gute Nachricht bei dem Ganzen ist, dass hier eine fröhliche, freche Oppositionsarbeit geleistet wird und die Menschen ganz neu zusammenfinden und sich untereinander kennenlernen nach dem Motto, findest du das auch ein bisschen komisch mit Corona und was einem da alles an panikmachenden Dingen erzählt wird. Ja, ja. Und dass man dann in den Supermärkten sieht, wie also die Pasta ausgeht und das Klopapier. Das hat schon ziemlich einen Witzfaktor. Und auch das Mehl. Ja, die Leute kaufen tonnenweise Mehl, vergessen aber Hefe. Also wie wollen sie da Brote backen? Gut, wie auch immer. Was wir hier tun und jetzt, was ich hier jetzt sage, ist kein Ersatz für ärztliche Ratschläge. Wir sind auch kein medizinisches Institut und wir werden auch keine Zuschauerfragen beantworten wegen medizinischer Dinge. Dafür sind Ärzte und Vertrauenspersonal und Heilpraktiker da. Ja, jedenfalls gibt es alles auch auf meiner Website mit Links. Jedenfalls Vitamin C, Vitamin B-Komplex, Zink, Magnesium, aber nicht orthomolekular in diesen riesigen Überdosen, sondern als Normaldosis. Klinoptolit, Zeolit oder Bentonit als Ionenaustauscher sind gut. Kräutermedizin bei Anzeichen von Erkältung, isländisch Moos, Thymian, ich lebe von Thymian sozusagen, das habe ich ständig. Und Zitrone mit Honig, Eukalyptusöl unter die Nase. Da gibt es diese wunderbare Apotheke im Allgäu, werde ich alles aufschreiben, bei der man sehr guten Anti-Husten-Balsam kriegen kann, mit dem man sich einschmieren kann. Die ganze Familie hier mit allen Kindern lebt davon. Also so kann man das ganz gut unter Kontrolle kriegen, wenn man mal einen Husten oder einen Schnupfen hat. Und wer unbedingt an Viren glauben möchte, da gibt es einen anderen Doktor dazu, der empfiehlt sechs Stoffe. Forstcholin, Alpha-Kardinol, Birkenirinde, Magnolienrinde, Rosmarin, Tinktur und Süßholz. Das hat alles eine andere Bewandtnis. Wie gesagt, wir sind kein Medizininstitut, ich referiere das nur, ich verlinke auch zu diesem Arzt, obwohl ich das nicht teile, was der da sagt. Vollkommen in Ordnung. Jeder soll einfach schauen, dass er sich gut fachlich berät. Und auch dieser Arzt sagt, ich möchte das nicht als medizinischen Rat missverstanden wissen. Und dann kommen wir da gut miteinander klar. Da geht es ja auch um Haftbarkeit und um Recht und Gesetz. Die neuesten Zahlen gibt es wieder auf der internationalen Website. Weltweit haben wir jetzt rund 102.000 Betroffene, dreieinhalbtausend Tote. Alles, wie soll man, Zahlen, deren Herkunft für mich schwierig zu durchschauen ist. 56.000 geheilte Menschen soll man schließlich auch erwähnen. Beim Iran ist es total komisch. Unsere Lügenmedien sagen also, die Regierung gibt nicht zu, wie ernst die Lage ist. Nun, wie ernst die Lage ist, darf ich auch in Deutschland die bekannten Diagnoseschwierigkeiten haben. Das wissen wir doch gar nicht. Aber erst mal den Iran anpupen, nicht wahr? Das ist ja eine bewährte Politik, klar. Im Prinzip ist es ja so, die Regierungen könnten ja auch mal ein bisschen was zur Pharma-Mafia sagen, nicht wahr? Und wenn der Iran jetzt in das allgemeine Getröte nicht einstimmt und nicht genügend klar sagt, wie ungeheuerlich gefährlich Corona ist, obwohl wir das alle gar nicht wissen, wie gefährlich das ist und ob tatsächlich jemand tot ist wegen Corona oder wegen Grippe oder vermutlich wegen vieler Vorerkrankungen, schwacher Gesundheit und vitaminarmer Ernährung. Diese ganzen Dinge, Umweltschäden, ob es jetzt um Mobilfunk geht, um Wi-Fi, um das WLAN zu Hause oder womit man auch immer Glyphosat, sagt der Arzt Dr. Klinghardt. Ich habe das auf meiner Website gerade hochgespielt. Neun Minuten mit Dr. Klinghardt, die es wirklich in sich haben, kann ich nur empfehlen und ist ein Riesenrenner auf meiner YouTube-Seite. Vielen Dank für das Sophia Health Institute, die das gemacht haben. Jemand Nettes hat das dann auf Deutsch synchronisiert. Toller, kurzer Beitrag, kurzes Interview. Italien schließt alle Schulen und Universitäten. Nun ja, ob das jetzt hilft, wissen wir nicht. Deutschland fährt zum Glück nur langsam die Maßnahmen hoch. Zum Piepen komisch, da werden also die Klinken in den Schulen gereinigt. Finde ich eine super Sache. Auch wenn sich Kinder lernen, etwas häufiger die Hände zu waschen, soll alles nicht schlecht sein. Jedenfalls ist die Auswirkung so, dass die OECD sagt, das Wirtschaftswachstum könne sich weltweit halbieren oder sogar ins Negative gehen. Die Finanzminister diskutieren Konjunkturhilfen. Deutschland hat im Moment einen Riesensteuerhoch. Sonst haben wir immer Steuerloch gehabt. Aber jetzt ist ein Hoch und wir könnten uns solche Konjunkturhilfen leisten. Und wenn ich das mal so aus der Mafia-Perspektive sehe, dann finde ich das doch toll. Ich erfinde so eine Seuche und dann kriegen meine Unternehmen Konjunkturhilfen. Das ist einfach ganz klasse.